Hallo Leute, hier ist euer Solis von euch, der vierten Part von Crash Spinnicoot. Und wie machen wir da weiter? Wir wollen, ja, weitermachen. Oh. We lost city. So, im letzten Part haben wir ja schon paar Fails gemacht. Aber heute geht's wieder mit Skill. Und deswegen müssen wir einfach mal... So. Okay. Nein. Okay. Puh. Eigentlich müsste man eigentlich mit dem Spring den eigentlich... Okay, die schenken uns ja wieder viel Leben. Dann werden wir jetzt wieder sechs, sieben Leben. Okay, acht Leben. Warte. So. 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 Warten. Warten. Warten wir nochmal. Woah. Okay. So. 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 moon. So. So. So, so. 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 Wow, das ist ja knapp. Und jetzt rein, gibt es eigentlich gerne ein Leben, also dieses, die Maske, aber man kann natürlich nicht alles haben, Leute. Vor allem ist eh gleich das Deckpoint, also müsste eigentlich gut laufen. Oh, der wartet bestimmt gespannt auf uns. Schätze, da hätte ich auch gemusst. Okay. So, spring mich hoch. Ne, und wieder runtergefallen. Nice von mir. Warten wir nochmal. Und nochmal warten. So. Gehen wir hier hin. Wir haben schon elf Leben. Schon mal sehr gut. Nein. So, jetzt aber. Checkpoint. Oh nein. Ist es das, was stinkt? Oh. Uh. Aha, da war ja noch was. Warten wir nochmal. Nein. Nein. Da war ich jetzt zu viel, Leute. Da war ich jetzt zu viel. Nein. So, nochmal. Oh, Mann. Nein. Okay. Oh, Mann. Oh, Mann. Komm. Wie schafft man das denn? Was kannst du auf dem Kasten sein? Uuh. Warten. Oh. Eigentlich hätte ich den auch gemusst, glaub ich. Warten wir hier nochmal. Warten wir hier nochmal. hat mir noch mal und bonus level ja gut hab's so eingesammelt oh glück gehabt das war knapp so wieder in die mitte was ok du weißt ja schon bescheid komm so mal was jetzt geplant ok jetzt warten wir mal oh geschafft huu jetzt aber ins ziel uwa das war knapp naja au 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 52 Kisten, naja, mit der E-Kern 100% Leute, also ist doch alles cool, und ja, und Tempelruinen, okay, okay, Wumpa frisch, okay, wow, sieht ja frischisch hart aus, Mist, also eigentlich besiegen, aber natürlich nicht so schnell, so, wow, nein, ich hätte nicht springen sollen, okay, 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 dann warten wir nochmal, so, dann machen wir ja erstmal ein paar Äpfel, äh, Äpfel, ähm, äh, was war das denn jetzt nochmal, wow, ich hatte grad Schiss gehabt, so, ich hatte grad Schiss gehabt, wo die, äh, wo das hinf, ob das mich irgendwie runterbringt oder so, so, boah, das war knapp, warte, in den netten, Fledermäusen, Fledermäusen, nein, ach komm, ähm, so, 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 Diesmal mach ich's richtig, warten wir nochmal, vielleicht war ich nämlich nicht bereit, oha, krass, hier ist erst das Checkpoint, okay, das ist krass, das war jetzt zu früh, das war jetzt wirklich, ein bisschen zu früh, gut, dass die Maske dann immer gibt, das schon mal sehen ist, wenigstens unfair, ach komm, da passiert mir so etwas, ach komm, kommts da wieder hoch, oder, ja, wo, so, und, wieder leben, nein, das war zu früh, oh, warte mir nochmal, warte mir nochmal, okay, nein, ach komm, das ist ja total, echt schwer, das war jetzt nicht so toll gerade, ich hab's jetzt gerne für was anderes gebraucht, das war jetzt gar nicht, wo es so lang geht, krass ist das schwer, krass ist das schwer, krass ist das schwer, krass ist das schwer, ansouerية unterschiedliche Valor, So, noch mal. Ich weiß vielleicht, das kommt jetzt. Da haben wir uns eine lose Tode immer wieder. So, noch mal warten. Oh, hey. Das ist echt ein Akt. Oh, hey. Das ist echt ein Akt. Oh, hey. Das ist echt ein Akt. Oh. Immerhin ein paar Leben. Das ist schon mal sehr gut. Dass die gerade sparsam sind hier, ich schätze schon mal, dass ich bestimmt... Oh. Oh, geschafft. Huh. Ich dachte schon, das wird jetzt noch schwieriger. Aber ich hab's noch geschafft. Das war knapp. Tja, es wird immer schwieriger, Leute. Oh. Glück gehabt. Was denn das jetzt? Road to... ...nowhere. Okay. Wow. Okay. Das kam jetzt wirklich schon unerwartet. Wow. Okay. Das kam jetzt wirklich schon unerwartet. Wie? Was ist das? Was ist das? lol warte mal ich glaub ich hab's das wär jetzt zu früh einfach nur in die ok das ist schon schwer geworden jetzt nein helferung warum schaff ich das einfach nicht häh wieso häh wieso häh mir schaffst du nichts ich versteh es nicht ah ich glaub ich hätte an den sein auch vorbeispringen können lol shit das war jetzt zu früh im jensten die erfinder nicht so fies kann man sagen lol ok ok gut ein bisschen fies sind die schon nein ich bin durchgefallen ok mein letztes leben shit wir probieren es erneut wir probieren es erneut ok und so nein und schon wieder falsch das level ist schon schwer immer wieder springen ist zu weit nochmal doch mal doch mal nein und genau dadurch gefallen nein nein und zu früh und schon wieder game over nice ich probiere es jetzt noch einmal wenn ich schon einmal game over gehe dann benne ich das video hat ja nichts mit dem leben zu tun aber ja ach komm ach komm du du w du w w w w w w w Okay. weiss nicht wie ich von da springen soll ok jetzt weiß es doch die überwarten sollen ich hab mir den kann platt machen nein ich würde sagen ich mache es lieber im nächsten part ich mache sie beim nächsten part leute so leute ich würde sagen beim nächsten part es hat euch gefallen im nächsten video geht es dann weiter und ja vergiss nicht abonniert kommentiert und bleibt nichts dabei von crash bandicoot von sotace